Ja, aber den Schlüssel sieht man ja, also der ist ja jetzt nicht so schwer zu erkennen. Aber ich habe jetzt erstmal so einen kleinen Eselstritt. Oh, so ein Eselkicker. Ja, so ein kleinen Eselkicker. Ich habe nicht mal Geld, um mir sowas zu holen. Kleinen El Burro. Am Eselshodenflipper. Mehr hatten die damals in Mexico nicht. Da hat man sich nicht so eine schöne Stahlkugel leisten können. Da musste man noch mit Hoden flippern. Weißt du, normalerweise hätte ich bestimmt schon einen geilen KN-Aufsatz oder so. Weißt du, aber nix. Dann kriegst du nix. Bei mir ist das anders. Bei mir ist das nicht so. Ich bin nämlich König Lampe. Und ich Lampe sage, weil ich Lampe gesehen habe. Alter! Nee jetzt. Nee jetzt. Lag dein Schlüssel? Ich habe die Wunderwaffe. Aus der Kiste geholt oder was? Haha. Ich habe den Kroken. Er hat den Kroken aus der Kiste geholt. Aber wenn ich draufgehe, ist der Kroken weg. Das wird bald ein Handgemenge. Ihr Schaufsäcke? Ihr Schaufsäcke? Der Schaufsäckel der Nasse. Der Schaufsäckel der Nasse, du. Hahaha. Ah, hier kann ich den Maschinenraum nicht warpen. Ja, mach mal Ende. Ich mach mal Ende. Okay. Den Kroken will ich jetzt noch ausprobieren, du. Ein Dreierlachs mit Kroken. Ja, ein Dreierlachs mit Kroken. Da brauchst du nicht an das Wort, ne? Was ist dann das große Easter Egg noch? Was muss man dann noch alles machen? Das wird dann super kompliziert. Oh, keine Ahnung. Das hat wahrscheinlich was mit den Münzen und den Symbolen zu tun. Die Münzen und die vierte Liege am obersten Deck musst du mit deinem Penis dazwischenkleben. Ja, da musst du noch irgendwie Sonnenöl finden und einen Zombie einreiben. Dann irgendwie in den Mond schießen, damit die Sonne aufgeht. Dann, keine Ahnung, das Wasserloch, da musst du noch mal irgendwie der Steuer übernehmen. Mürre und Weihrauch. Mürre? Mürre? Was soll denn ein Mensch mit Mürre? Wenn Mürre für ein scheiß Geschenk geht. Arschloch! Komm schon. Alter, ich bin ja gerade voll mit dem Kohlenmann im Boogie. Wer denn den Schlüssel verliert, ne? Hat keinen verloren. Hat keinen Bock auf Schlüssel verlieren. Alter, was ist das für ein Sound? Hat es eben gerade bei mir gemacht. Okay. Ernsthaft? Da kam voll bei mir der... Vielleicht ist gerade der Dings, weil bei mir gerade der Pekka Punch verschwunden ist. Alter, die Wunderwaffe scheint ja krokenstark zu sein. Krokenstark, ja sicher. Alter, die haut ja richtig schön rein. Die fegt den Zombies ja den Durchfall aus der Ritze. Dazu ist sie gemacht. Um Durchfall aus Zombies rauszufegen. Auch. Entkodifizieren nennt man das, glaube ich. Der Dickdarmspüler. Heißt die so? Ja. Ich habe den ruinierten Rächer auch. Erst habe ich rumänischer Rächer gelesen. Der rumänische Rächer. Ruinierter Rächer. Was ist für ein Name? Geschändete Jungfrau. Wow. Oh, ich habe gar kein Schild mehr. Sehe ich gerade. Ja, dann musst du mal ran und dir einen holen. Aber hier vorne ist Faddy, ne? Ist da viel Party oder eher so eine Mittelparty? Ja, es geht. Es geht. Also jetzt hat sie schon ein bisschen beruhigt wieder. Oh, da hinten ist Munition. Geil, Mann. Geil. Alter, der Kraken ist geil. Der Kraken ist richtig geil. Ich wünschte, du könntest das sehen. Ich wünschte, du könntest den Kraken sehen. Schaust mir hinterher in deinem Abschieds-Best auf, schaue ich es mir an. Ja. Maximale Munition. Aber dann hast du eh den ganzen Kuchen endlich. Das hast du ja auch verdient. Dann geht der Kuchen... Ist ja alles eine Vertragssache, warum ich gehen muss, sagen die Leute. Ja, 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 ja. Da wurde mehr auf Twitch Island bezahlt. Auf Twitch Island, da gibt es mehr Geld. Die haben angerufen und gesagt, hey. Wie viel willst du da haben? Schreib eine Zahl auf, schickst du uns rüber. Ist egal, wie viele Nullen. Wir haben genug davon. Wir haben hier einen Haufen Nullen, die ganz alle haben. Hau ordentlich Nullen drauf. Schäm dich nicht, haben sie gesagt. Was steht hier? Liverpool? Liverpool? Liverschmul? 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 Ich komme jetzt mal zu dir rübergejoggt, weil ich mir ein Schild holen will. Ja, hier ist jetzt... Hier ist entspannt jetzt. Also, nichts mehr los. Na mach Daut. Einfach Daut machen oder was? Ja, wir haben ja nichts mehr zu tun jetzt. Ich habe einen Kroken und einen Schlüssel gibt es nicht. Das ist ein Mythos. Den Pekke Punch? Daddy Chiraco? Daddy Chiraco? Daddy Chiraco? Daddy Chiraco? Sargent Chiraco? Guck mal, ich verpisse mich jetzt. Alter, ich reise durchs Universum! Alter, ich habe eben gerade galaktischen Missbrauch begangen. Ich wünschte wirklich, dass mein Vater wäre... Komm schon, gib mir schnell das Ding. So, hab ich jetzt so ein Damage genommen. Gib ihn mir doch! Was habe ich jetzt? Ich habe die... Chiron... Chiron-Kracher. Chiron, Alter? Ja, was? Jetzt bin ich irgendwie im... Ding. Im... My heart will go on room. Komme ich denn hier schnellstmöglich raus? Ach, der Céline Dion-Kracher habe ich jetzt. Den Céline Dion-Kracher! Schreiner! Schreiner! Ist ja auch schon ein Meme geworden, ne? Jaja. Schreiner, Schreiner! 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 Ich finde es immer krass, wie die Leute aber auch das, was wir so sagen, instant kopieren und das eigentlich zum nächsten Zombie-Modus... Ich bin tot? Oh, ne, doch nicht. Doch nicht. Dieser Céline Dion-Kracher ist der Shit. Ich dachte eben, ich könnte mich verabschieden, aber dann habe ich meinen Céline Dion-Kracher rausgeholt. Alter, der ist ja übelst geil. Wenn es schwierig wird... Das Problem ist nur... Ja, ich habe die gepanschte Wunderwaffe oder was? Ja, ich habe die gepanschte Wunderwaffe. Das Problem ist nur, ich habe die auf Eselstritt. Das heißt, wenn ich down gehe, ist die weg. Dann was des, ne? Oh, bei mir ist der Kohle-Dude! Kohle-Bucket! Bei mir ist auch Kohle-Dude! Doppelkohle? Ich glaube, wir haben Doppelkohle! Aber kein Doppel-Key! Kann nur einen Key geben! Minion! Ich muss zu dir reißen! Ich muss mich wieder freilaufen! Oh oh! Ne, ich reiß in die Mitte! Ich reiß in die Mitte! Oder brauchst du mich? Ne, ne, aber ich brenne und... Ach Gott, hier passieren Dinge! Bin ich noch heiß? Ja, lass mich nicht Céline Dion! Ja, aber ich find's so krass, wie die Leute auch gleich sowas dann übernehmen und es dann irgendwie in andere Streams reingeschrieben wird! Ey, in der Schule, die gehen direkt zum Hausmeister so! Schreiner! Schreiner oder was? Schreiner? Was hast du früher gemacht? Was? Schreiner! Ach, stell mir grade vor, wie so neunjährige vor dem Stehen und den Dummeren machen! Ey, Schreiner! Ne, ich bin Hausmeister! Schreiner! Ja! Die Jugend! Aber jetzt wirft er auch noch mit Feuer! Ah, Leute! Ich hab die alle zu dir geschickt! Ich hab auch noch nen Pestvater hier! Ja, bei dir ist Party! Pestdaddy ist am Start, Junge! Soll ich rüberjoggen und dir ein bisschen helfen? Macht denn der hier! Bei mir ist gar nix! Bei dir sind Gegner? Bei mir ist kein einziger Gegner! Mir ist nichts! Ich hab null Zombies! Hast du Gegner da drüben? Der kann ja einen ansaugen! Ja, der kann ne Zunge raus lurzen! Alter, hat er gelurzt, Junge! Gelurzt! Ein Balz lurz! Ich bin hier! Warte! Er lurzt mich! Ey, das stellt ja alles aus! Ist dir mal aufgefallen, dass man den im Replay nicht sieht? Echt? Sieht man den nicht? Ja, ich wollte mal ein Bild von dem machen und den sieht man im Replay nicht! Der ist... Höh! Eben gerade hat einer 1 geflüstert! Ich weiß nicht, ob ich an diese Dinge glaube! Eben gerade hat... Einer hat eben gerade 1 geflüstert! Ich bin da eben so gelaufen! 1! Oh man! Okay! Es ist soweit, Leute! Riecht das hier nach Autolack? Riecht das hier nach Autolack? Riecht ich hier Kupfer? Jemand hat eben gerade 1 geflüstert! Okay, ich geh down! Shit! Ja, wie soll ich dich da jetzt holen? Gar nicht anscheinend! Nein, ich jogge... Ich jogge jetzt eine Runde! Ich überleb die Runde! Was macht der denn eigentlich hier bei mir? Ah, vielleicht auch nicht! Schauen wir mal! War da wieder so ein Seuchenvater? Nee, aber so ein Schmelzbruder... Ja, aber der Schmelzbruder, der tut auch ganz schön an den Lippeln... Zwicken! Und dann bin ich irgendwie hängen geblieben! Und jetzt habe ich nichts mehr! Keine Munition! Ah! Liegt er da am Boden! Am Boden! Alter, die hat auch noch irgendwie 100 Schuss, der Kraken! Oder Céline Dion! Wie er jetzt mittlerweile heißt! Ja, mit dem Kraken kriegst du alles hin! Es muss auch irgendwie... Ich weiß nicht, auf jeder Karte gibt es, glaube ich, ein Feuerwerk, ne? Selbst bei Blood of the Death gibt es Feuerwerk! Nein, das hat irgendeine Verbindung! Du meinst, melke die acht Feuerwerke, um einen Preis zu gewinnen! Ja, so ungefähr! Geh mal aus dem Weg, Zombie! Überleg mal, aber ist es in unserer Situation einfacher sein, ganzes Geld in die Kiste zu stecken, bis man den Kraken zieht? Ja! Ja! Weißt du so? Ja! Oh! Aber der Kraken, siehst du, wie krass der ist? Ja, der ist sehr krass, der Kraken! Oh! Jetzt war's das! Ja, mach mal! Mach mal die rund! Guck, ob der Kohlebruder... Schlüssel hat! Alter! Echt jetzt? Er hat keinen Schlüssel, wir machen irgendwas falsch! Das ist ne Lüge! Aber wir haben noch die Kiste gefunden! Ja, vielleicht muss man irgendwie dran urinieren, dass die Uriniertaste nicht lang genügend gedrückt... 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 ... gedrückt... ... keine Ahnung, ey! Hahaha! So, hier, willkommen zurück! Welcome back, hello! Welcome back! Aber man kriegt ja sogar sein Schild und so alles wieder, ne? Voll edel! Kindergarten-Modus! Hahaha! Naja! Deswegen regen sich alle auf! Schont uns nicht! Das Witzige ist, dass die meisten, die es selber nicht haben, beschreiben, ja, ist viel zu einfach! Ja! Ja! Das find ich immer so geil! Haben das Spiel nicht mal... Hab das Spiel noch nie gespielt, aber ist mir zu leicht! Ich find's zu leicht! Die haben nicht genügend geflucht und geheult! Drei Stunden so ein YouTube-Video gucken ist viel zu einfach, Leute! Müsst da echt mal was bringen jetzt, ne? Jetzt muss da einfach mal was kommen! Das ist wie bei The Walking Dead! Ja, wann geht's weiter? Hast du das Spiel gekauft? Ne, ne! Aber du weißt schon, dass die Entwickler Geld brauchen! Das ist mir doch egal! Ich guck das nur auf YouTube! Aber wann geht's weiter mit der YouTube-Sendung? Ja, die Leute haben halt einfach keine Vorstellungen mehr! Ich muss kotzen! Ich muss kotzen, sagt sie, ja! Versteh! Aber gibt's hier nicht so Dinger, sag ich mal, ähm... So... Ja, so Effchen oder sowas halt! Weißt du, was ich meine? Ja, Voodoo-Puppen-Kleiner! Aber hier auf der Map auch? Ja, auf jeder, auf jeder! Die ist in der Kiste drin! Gibt so kleine Voodoo-Zombie-Puppen! Bei mir ist Kohle Klaus! Bei mir ist auch Kohle Klaus! Der kommt jetzt immer in der Gang! Der kommt nicht mehr allein! Boah, Schitto! Aber gegen meinen Hammer hat er keine Chance! Endloses Kiten, Junge! Au! Aber wie öfft ihr mir das Ding? Wir neunsten sind! Oh, jetzt hab ich wieder Energie, Alter! Ich hab hier endlos Hammer! Was willst du tun? Was willst du tun? Ich bin ein echter Gangster! It's Hammer-Time! Draht ihn nicht um! Oh, oh, oh! Schau, schau! Der Kommissar geht rum! Gibt doch Kohle, Mann! Ey, bei mir ist der nächste Kohlemann schon wieder gespawnt! Ist auch nix besonderes mehr, ne? Ne, ist nix... Der kommt jetzt hier irgendwie... Besuch auf die Titanik! Wir haben das hier gewollt! Alter! Der Smoker! Schreiner! So, mein Kohlemann ist tot! Ah, ist doch alles viel zu leicht hier! Lass dich nicht an, du Schwein! Habe ich jetzt nen Schlüssel gefunden? Äh, was? Echt? Ich hatte das Gefühl, da lag ein Schlüssel! Aber ich weiß nicht irgendwie... Dann geh zur Truhe! Dann lass einen am Leben! Dann haben wir beide nen Krocken! Dann können wir eigentlich jetzt... Endlos überleben, wenn wir wollen! Dann haben wir jetzt nämlich diese Vermessenheit zu sagen... Ja, wir haben aber langsam keine Zeit mehr! Ich weiß aber nicht, ob ich es geschafft habe, ihn einzusammeln! Keine Ahnung! Das kann ich ja nicht beantworten! Aber ich meine irgendwie, was im Augenwinkel gesehen zu haben! Aber es war wieder so schnell! Dann kamen Zombies und er dachte, ich muss sterben und bin weggerannt! Oh mein Gott! Da war sie, die kleine Bude-Puppe! Aber... Wieso änderst du jetzt einfach die Regeln? Ich hab doch gezahlt! Wieso ziehst du dich jetzt nicht aus? Bye-bye! Bye-bye, Schreiner! Bye-bye! Der Bye-bye-Man! Kennst du den Film? Der Bye-bye-Man! Was für ein Name! Ich porte mich mal zum Anfang rüber! Nee, aber der wird doch bestimmt dann auch irgendwo angezeigt, der Schlüssel, oder? Ich weiß! Ich hab keine Ahnung! Es könnte sein, dass er auch nicht angezeigt wird! Es gibt Items, die nicht angezeigt werden! Bye-bye! Hast du sie? Du bist offen! Jetzt! Jetzt muss da Seelen rein, oder was? Jetzt muss da Seelen rein! Das schaffe ich doch niemals mit dem Leben, Alter! Das schaffen wir! Wir werden jetzt entweder das schaffen oder dabei sterben! Okay, okay! Aber mit meinem Krocken... Komm ran mit die Krocken! Wir haben eigentlich von mir hier noch alle Perks! Ich glaube, wo sind die Perks eigentlich alle? Überall verteilt! Irgendwie fühle ich mich stärker! Ich glaube, ich könnte sogar Bruno hochheben, wenn ich wollte! Wenn ich wollte, könnte ich einiges! Bruno könnte ich anfassen! Spülo! What's my little Bruno? Dein kleinen Bruno würde ich melken! So, wo sind jetzt hier die... Wo ist die Kisch? La Kisch, hier! Oh, geil! Der Schatz ist Captain Spareholden! Ja! Da gehen Seelen rein! Es wird jetzt spannend, du! Bereit zu verwecken? Bereit? Ja, ich bin bereit! Wie sieht der Kraken aus? Ja, sieht schon aus wie ein Kraken! Aber der hat nur drei Enden! Also es ist irgendwie kein richtiger Oktopus-Kraken-mäßig! Jo, Runde 20! Wir blicken dem Tod ins Oche! Ja, Runde 20! Wir sind down, Alter! Wir wären hier so schnell herftig, wenn das Ding unbegrenzt Munition hätte! Schaffen das! Hast du eine Fähigkeit? Nein! Oh! Oh! Was ist das? Munition! Ist die Kiste voll? Ja, sie ist voll! Wir haben es geschafft! Renn raus zum Teleport da hinten! Oh! Boah! Nein! Ich bin im Teleport! Oh, da ist noch eine Kiste! Wo? In der Speckkammer unten! Oh, die musst du auch füllen! Oh nein! Du musst alle Kisten füllen! Nee, oder? Oh Gott! Ich dachte, es reicht eine! Nein! Oh! Wieso? Diese dämliche Kiste ist so dämlich! Hey, aber wir haben es versucht! Wir haben es versucht, Junge! Ich gehe hier gerade drauf, Junge! Siehst du? Willst du mich schon oder was? Ich habe sie gerade gefüllt! Alter! Alter! Aber ich habe hier einen Kohle-Mike! Der Kohle-Mike! Aber du hast da nicht warten, Junge! Ja, aber! Drei Leben! Nee! Nee! Da kam ich nicht mehr raus! Du bist so dämlich! Okay, aber... Ey, aber das war ja inhaltlich mal wieder... Also, top, Junge! Top! Top! War ja im Grunde Selbstmord, was wir da gemacht haben! Ja, natürlich! Aber da musst du alle füllen! Och Gott, hatten wir Pech mit diesem Schlüssel! Ey, da hätten wir dich schon tausendmal rausgedroht! Ja! Und dabei noch geile Waffen in der Hand! Ich glaube, da konzentrieren wir uns beim nächsten Mal einfach drauf! Ja, Rundenfarmen! Wenn der Schlüssel kommt, ist gut! Ansonsten einfach alles Geld in die Truhe stecken, bis der Kraken da ist, ey! Ja, bis es platzt, das Ding! Leute! Lasst eine knackige, krakenreiche Bewertung da! Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal! Ganz viel Liebe! Und... Tschüss! Es ist gut! Es ist gut!